Hallo zusammen und weiter geht's mit Partisan1941. Wir waren auf der Uferseite, haben uns hier so ein bisschen durchgekämpft, sind jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite, mein Plan ist jetzt, überfallen die Affen hier. Tiefen. Ich bin hier. Tiefen. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh Mann, was für ein Versager. Okay, pass auf, Mann, das ist anders. Wir gehen trotzdem hier über die linke Flanke. So, pass auf. Oh, nee, Molly ist bei Regen, glaube ich, schlecht. Stilhandgranaten habe ich ganz viele. Ich schmeiß da eine hin. Wer schmeißt hier eine hin? Nee, stopp, 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 abruf. Du schmeißt erst mal da dein Messer. Und dreh das in G, in G drehen, in G drehen, in G, oh. Was? Wir gehen Verteidigungsstellung. Die Deutschen werden schon bald hier sein. Wir müssen sie aufhalten, bis der Kommissar evakuiert hat. Okay, pass auf, du sammelst erst mal, von wo kommt er überhaupt? Äh, die lässt das mal los. Das nimmt sie nämlich. Wie kann das nicht benutzen? Lass den Fein nicht den Fluss erreichen. Doch, sie kann da ran. Äh, von wo kommt denn der Feind? Er hat keinen Plan. So, warte mal. Hier gibt's ihm mal die Stolperfalle. Und rettet die Städter. Lass den Feind nicht den Fluss erreichen. Sлушай. Ne isewat. Kommanduj. Äh, Inventory... Hier gibt's die Stolperfalle. Hier gibt's die Stolperfalle. Hier gibt's die Stolperfalle. In der Richtung. Hier geht's auf... Mann, der liegt... ...duf im Weg hier. Da hinter. Nein, nicht da hinter. Da hinter. Von wo kommen sie? Von wo kommen sie? Von oben kommen sie? Ab nach vorn. Ab nach vorn. Inventar. Aufteilen. Zwei gehen an ihn. Oh, guck mal. Er hat zwei. Aufteilen. Eine Behälter. Eine geht wieder zurück. Zwei und drei, ne? O-Gon! Okay, Männer. Nachladen. Hätte ich gewusst, dass die Minen da oben kommen, hätte ich sie nicht unten hingelegt, ne? Die kommen wahrscheinlich auch gleich noch von rechts und von links. Er hat kaum noch Munition. Oh, wie geil! Alter Schwede. Man muss auch mal Glück haben, oder? MP erforderlich. Okay, ist egal. Man muss auch mal Glück haben. Wie gut. Spirio. Okay, drei, zwei, speichern. Eins und nächste Welle kommt von oben. Berggerweb. Kommt die Basminenfeld, oder? Wenn nicht wir, dann ist niemand. Bei mir. Nichts, keine Reaktion. Sie sind von mir. Okay. Du rennst los. Jetzt kommen sie von da. Pause. Stellungswechsel. Möglichst langsam alles. Auch jetzt jede Sekunde. Da ist gerade nichts zu holen. Da oben. Ne, erst mal. Oh, 28 Sekunden. Ne, er ist mit Nachladen beschäftigt. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Von unten kommen sie wahrscheinlich gleich auch nochmal. Du sollst nachladen. Du sollst nachladen. Luschen. Hier. 40 von 50 ok hat er munition ja eine patrone lohnt sich jetzt auch nicht zwei handgranaten zu vier handgranaten stolpermine ok sie sie kommen von unten er muss jetzt beide hoch war ganz flott nämlich hat er nicht noch eine stolperfalle er hat noch welche auf jeden fall muss euch hier einmal treffen jetzt hat kreuzte 2 dachen mauser so hier auf der seite stolperfälle auf der seite ich bin mir ist es nicht erfüllen ich bin hier du. 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 schade rechts durch war war er als geschieht die anderthalb minuten aus der richtung was immer einen das haus jetzt откроется 2 dыхание du wies kurz plündern lussel mann leute ist das sind los hier die am nasse liebropag bis jetzt auf kreuz wird einmal nach unten Da pflündern. Von oben und unten kommen sie. 30 Sekunden. 30 Sekunden, okay. Mäuschen muss das alleine auf der Seite jetzt machen. Und ihr beiden macht das auf der Seite. Gut, das ist jetzt... 30 Sekunden, ne? Wie sieht's aus? Stolperfalle. Da auch noch einer? Ne, hat er nicht. Ne, komm, zurück, zurück. Das muss reichen. Okay, sie hat das schwere MG und drei Minen auf der Seite. Jetzt kriegt sie ja wohl hin, oder? Erste Hilfe-Pack. Natürlich, nichts dabei, ne? Nichts dabei. Vielhandgranate kriegt er. 16 Schuss. Was machst du jetzt mit der Maschinenpistole, oder? Vielhandgranate. Was, zieh, weg. Oh, scheiße. Was, kacke, alter, das ist ein Hund. Das ist ein Hund. 76? Wie soll ich das denn jetzt noch machen, ey? Warte mal. Nach oben. Stolperdraht. Wird das beschäftigt. Wird auch keine Minen mehr. Ja. Ja. Wird. So, pass auf. Hier kommt noch eine hin. Als er wieder so ein Kackhund durchflitzt. 30 Sekunden da oben. Und hoch, ja. 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 Nein, nein, ihr müsst tauschen. Du gehst wieder ans MG? Von der Seite? Nee, das war's. Jetzt werden wir überrannt. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Du musst auf die Seite. Nachgeladen habt ihr alle. Du musst nachladen. Okay, drehen. Da kommen noch mehr auf der Seite. Ich weiß nicht mehr. hinter. Ich hoffe, das sind ja wohl die letzten jetzt, ne? Ich werde es nicht mehr auf den Weg bringen. Meine Güte, Alter. Was für ein geiles Gefakt. Was für ein geiles Gefakt. Was für ein geiles Gefakt. Keine Ahnung, wo diese vier Feinde waren. Das waren wahrscheinlich der Chef plus die anderen drei Soldaten. Äh, Komplexität normal. Okay. Ja, das hätte ich jetzt eher schon erhöht gedacht. Okay, wir gehen weiter. Ja, ich verstehe. Ja, cool. Äh, was heißt cool, ne? Aber die sind weg. Weniger Futterverbrauch gerade. Ähm, ich würde sagen, ich mache hier noch einen kleinen Break, oder? Ne, wir kommen uns jetzt erstmal ums Lager. Ein paar Minuten haben wir noch. So, Essen räuchern. Essen ist fertig. Fische haben angebissen. Eier aufgesammelt. Jagen waren sie. Lokale Gerüchte. Seit Zobels Eintreffen wurden mehrere Leute verhaftet. Schon die nebulöseste Verdächtigung reicht, um jemanden hinter Gitter zu drehen. Die Krim ist nun komplett in der Hand der Faschisten. Zumindest glauben das die Faschisten. Die Halbin sind es ideal für Partisanen. Okay, ähm, Lager-Operation, Eisenbahnkrieg, 750, 1250, leben unter der Besatzung. Mal gucken, wer ist denn hier am, am niedrigsten vom Level her? Zehn, neun, neun Anfang sogar noch, der Junge. Toi. Sie könnte ein Level aufsteigen dann, ne? Und jetzt von Mediziner wurde weniger Zeit, weniger Geräusche, deutlich schnellerer Sprint, erhöhte Rucksack-Kapazität, Röpplingzeit, Fertigkeit, die sie war auch echt gut. Okay, ähm, die Suche, äh, die Suche? Unser Kameradenschiff war eingesetzt, hat das Volkow zurück sein sollen. Da muss etwas passiert sein. Wir müssen los und sehen, was vorgefallen ist. Ne, das macht er mit seinem Jungen. Ups. Woher Eisenbahnkrieg alleine schafft er nicht, ne? Na, er versucht es mal. So. Leben unter der Besatzung, das macht sie allein. Und die Suche, das machen die beiden. Und los. Yes. Ach, Mist, ich hätte noch quatschen können, glaube ich, ne? Okay, das war's. Äh, Eisenbahnkrieg. Tatsächlich, wir haben das Holz abgefackelt, jedes kleine bisschen hilft. Fusel war so gut, dass die Hälfte der Spanier zur Erholung zurück nach Spanien müssen. Die spanischen Truppen, die sich im Dorf einquartiert haben, sind vollkommen anders als die Deutschen. Sie lieben den Alkohol noch nachs Glücksspiel. Wir sollten uns mit ihren Fusel anstellen. Ein paar lautlos beseitige Faschisten wären nicht schlecht. Faschisten haben im Dorf einen Hinterhalt gelegt. Wir haben ihnen gerade noch rechtzeitig erkannt und konnten entkommen. Informationen haben wir keine bekommen. Na, schade. Aber sie ist ein Level-up. Ah, schade. Kann ich noch nicht nehmen. Äh, dann für dich einmal ein größerer Rucksack. Gut. Level 10, 9, 9. Ähm. Ja, Operation. 500, 250. 250, 250, 350, 500. Die Suche. Also kann man sich rahmen sitzen in der Tinte. Vielleicht weiß die Polizei, was in Wolkow geschehen ist. Wir sollten einen Polizisten zum Reden bringen. Das macht ihr beiden. Guck mal, 7,92er-Gewehr. Da holen wir uns Munition für. Wenn es dann klappt. Und los. Sprecher abgeschlossen. Sprecher abgeschlossen. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann können wir die anderen sich um den Haushalt. Ob man geht, wieder jagen. Na, Haus. Angeln. Gut, dann mache ich hier einen kleinen Break und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zack, speichern. Viel Spaß bei dir und bis gleich und ciao.